Hightech auch im Boden, das ist keine Zukunftsvision mehr, sondern schon bald Realität. Dieser Hersteller aus den Niederlanden hat das erste digitale Warnsystem für den Boden entwickelt. Elektronische Felder erkennen jede Bewegung und melden Stürze und Notfälle an eine zentrale Leitstelle. Der Boden kann so als Unterstützung in Krankenhäusern und Pflegeheimen eingesetzt werden, aber auch in den eigenen vier Wänden. Wenn man auf die Oberfläche läuft, dann erkennt das System den Lauf, aber wenn die Person fällt, dann erkennt das System das auch und wird gleich einen Alarm geben. Auf eine andere Art funktional und dazu noch um einiges dekorativer sind die Teppichunikate von Jürgen Dahlmanns. Mit einer speziellen Oxidationstechnik lässt er die Teppiche optisch altern und verschafft ihnen so eine einzigartige Patina. Also ich glaube, das Thema der Funktionalität in dem Produkt des handgeknüpften Teppichs steht bei mir schon im Vordergrund. Ich habe erkannt, dass diese Technik der Oxidation eine Oberfläche erzeugt, die, obwohl sie so hochwertig ist, auch wahnsinnig robust ist. Ich würde sagen, bei diesem Produkt kann man gerne ein bisschen Rock'n'Roll machen und es schadet ihm nichts, sondern es wird eher die Individualität der Oberfläche, wird eher dadurch noch gesteigert. Die Kombination aus Funktionalität und Design spielt auch bei den extravaganten Bauprojekten von Star-Architekt Jürgen Mayer H. eine große Rolle. Die Frage nach Funktionalität und Gestaltung ist eigentlich bei allen Projekten grundlegend. Wir haben es eigentlich bisher immer geschafft, genau beides so zusammenzubringen, denn es ist auch nur ein Dialog, der funktionieren kann, wenn die Funktion erfüllt ist und gleichzeitig auch ein Mehrwert über die Gestaltung geschaffen wird. Und dieser Mehrwert ist das, was wir in unsere Architektur einbringen können, ohne jetzt auf die Hardcore-Fakten zu verzichten. Dass Funktion und Design bei vielen Bodenbelägen kombiniert werden können, zeigt am 11. Januar die Domotex, Weltleitmesse der Bodenbeläge. Auf der von Jürgen Mayer H. entworfenen Sonderfläche Innovation Set Domotex wird zu finden sein, was unsere Räume in Zukunft schöner und praktischer macht.